Sagen wir es mal so, die Fakten, die reden Klartext. Und die Fakten sagen, es ist Krieg da draußen. Und das will aber niemand wissen. Deswegen geht es aber trotzdem. Die New York Times hat Warren Buffett kürzlich gefragt, was der zentrale Konflikt unserer Tage ist, aus seiner Sicht. Und der hat ohne zu zögern geantwortet, der zentrale Konflikt ist der Krieg Reich gegen Arm. Und meine Klasse, die Klasse der Reichen, die hat diesen Krieg begonnen und sie wird ihn auch gewinnen. Falls Sie nicht wissen, wer Warren Buffett ist, das ist immerhin der erfolgreichste Großinvestor aller Zeiten und hat 60 Milliarden auf der hohen Kante. Und er ist siegesgewiss natürlich, was kein Kunststück ist. Wenn man im Waffenarsenal finanzielle Massenvernichtungswaffen hat, dann kann man siegessicher sein. Ist übrigens auch O-Ton Warren Buffett, finanzielle Massenvernichtungswaffen.